So, dann würde ich mal kurz die Aufnahme starten und wir sind jetzt gerade in der Runde im Trio und versuchen eine Challenge gerade zu absolvieren. Wir spielen alle zusammen. In dieser Runde wird es natürlich nur darum gehen, dass wir alle Items von den Avatars benutzen und damit einen epischen Sieg erlangen. Dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Mit am Start haben wir, okay, mit am Start OG Junior und dem Bobby Digital und dann würde ich sagen, wir holen jetzt noch die erste Fähigkeit. Hoffen wir mal, dass es so funktioniert. Nicht, dass dann wieder 90 Leute von der Lobby mitkommen. Shit, ich hoffe, ich scheiße. Feuer ist unten bei Railways, ne? Monoidee, was geht? Nein, ich habe das nicht. Bin ich durch. Ich habe eine neue Hymne für Impact ausgedacht. Nein, ich schreibe es mir kurz aus, Sieges Hymne. Du wolltest singen und ich mache daraus einen Short. Du hast das ja schon in die erste Runde gemacht. Ja. Wäre ich mir als Short dann so recht legen. Alter mit Dings hoch. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, das alles runterzulegen, die Schrift und alles. Deswegen mal gucken. Komm, gehen und das geht auch noch grad runter. Leute, wartet! Ich habe jetzt Luft gefunden, auf jeden Fall. Die erste. Ich werde nicht darüber nachdenken. Die sind auf jeden Fall Schockwellen noch zum Rotieren. Junior, hol dir mal hier einen Biggie von ihm. Ja, das ist dein Bruder. Dein Bruder. Gebt ihm bitte mal einen Low Five. Oder wie begrüßt ihr euch? Mit euren Köpfen gegeneinander? Oder wie läuft es bei euch? Gebt euch eine Headbutt bei, glaube ich, ne? Ein Headbert. Ich gebe euch eine Headbutt. Ich gebe euch eine Headbutt. Hier sind doch welche. Was habt ihr denn wieder gemacht, Junge? Lass doch mal den Bruder in Ruhe. Ich habe nichts gemacht. Jetzt ist er wieder friedlich. Machen wir uns mal voll. Machen wir uns mal voll. Komm mal her, hier machen wir uns mal voll. Komm mal bitte her. So, wir gehen jetzt erst mal ein Stück runter, ne? Wir werden erst mal hier. Ja, wir werden auf jeden Fall noch was finden. Hoffen wir mal. Jedenfalls haben wir schon mal was im Rotieren, Bobby und ich. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich auch nicht. Wir gehen da gleich hier unten hin, oder nicht? Okay, machen wir so. Danke. Wenn ihr eine Fähigkeit habt, dann bespägt mir. Das ist okay. Gar nichts. Ich nehme den Bot für uns. Also ich leihe uns. Zählt das als Challenge für uns eigentlich? Jetzt noch mit dem Bot zu kämpfen, glaube ich nicht, ne? Nein. Nein, machen wir nicht, Bobby. Okay. Wir wollen ja nur mit unseren Avatar-Fähigkeiten den epischen Sieg holen. Ohne welche Roboter-Schnur-Schnur-Schnur. Die sind noch Schockwellen zum Rotieren, aber die lassen wir auch erst mal hier. Oh, ich habe eine Fähigkeit. Hütische Schist. Okay. Oh, Luftbändigung. Luft hast du auch? Gut, okay. Jetzt haben wir alle. Oder was zum Rotieren. Schon mal gut. Leute, wir sind die Luftbändiger. Hier, nämlich, hier könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Denkt dran. Aber keine Waffen, äh, Bobby. Keine Waffen weiter einpacken. Ich kann dir meinen Loot gerne zeigen. Ne, ich wollte es dir bloß sagen. Also Waffen sind erstmal nicht erlaubt in der Runde. Und das ist mein Loot. Ja, ist doch okay. Luftbändigung und viel mit geht's. Gut, gut. Ich habe zehn Bandys und, äh, 16 Blueberries. Open the door. Ist auch gar nicht viel. Hier liegt eine rum, eine Feuerbändigung. Junior. Die kann ich deine nehmen. Dankeschön. Hm? Oder, oder Junior, willst du Feuer nehmen? Dann nehme ich Wasser. Dann nehme ich Feuer. Wasserheil könnte ich auch nehmen. So ist es nicht. Aber wir können... Oh, warte mal kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz ruhig. Hier gab es noch Feuer. Was, Feuer? Und hier gab es natürlich Erde, ne, Junior? Ja, ich habe eine Idee. Und Wasser bräuchte ich nochmal. Wir alle haben Luft. Ich habe Feuer. Ist doch egal. Wir rotieren jetzt weiter und los. Kuss. Wir rotieren jetzt. Wir haben jetzt was und dann... Lass uns mal versuchen jetzt so viel. Ist doch egal, was ihr nehmt. Hauptsache, wir haben jetzt was. Könnt ihr auch alles voll machen damit. Ich sehe euch wieder nicht auf die Karte. Anni, Elena, wer ist das? Äh, Impact. Wer ist denn das? Anni, Schreiber. Wer ist denn das? Anni, Franny. Wieso ist sie das wieder? Weiß du nicht. Wo war denn hier Feuer? Hier war doch ein bisschen... Ja. Millie, die, 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 Jot. Moin, moin. Gerade aufgestanden. Seid ihr hinter mich? Ja. Äh, ich bin ein bisschen in falsche Richtung. Wir machen gerade eine Challenge. Zu dritt. Nur Avatar, ähm... Items. Und wir versuchen damit einen epischen Sieg zu holen. Zu dritt. Schüsse. Waren hier, waren die hinter uns? Oder wo? Ja, er trifft Gegenschuss. Achtung. Hier gibt's was, hier gibt's was? Erde. Ich hab Erde. Erde. Erde hab ich. Ich hab Wasser, ich hab Wasser. Ja. Hier liegt noch mehr. Hier liegt noch mehr Erde und hier liegt noch mal Erde, Junior. Dann kann ich noch mal Erde nehmen. Komm, macht meiner. Von wo schießen die? Von wo? Ah, von dort oben. Achtung, von unten. Vom Stein. Achtung, denk dran zu, ähm, zu rotieren. Hier. Minus 72, minus 24. Auch noch minus 72. Im Busch. Ja. Hier oben, hier oben. Oh, das dauert ewig, Junior. Ich brauch auf jeden Fall eine andere Fähigkeit mit, also die Erde, weiß ich nicht, ähm, das ist wirklich nicht die beste Junior. Schüsse von da. Das dauert einfach zu lange, bis man hier mit den, ähm, Erdfähigkeit hier... Erdbändigung. Ich hab Wasser nur für mich. Ich hab Wasser nur für mich. Nur für dich? Junior, was liegt hier? Erdbändigung, okay. So, wo geht's zu Wasser, Junior? Markieren wir kurz. Out of zone. Out of zone, hm, schade eigentlich. Vielleicht finden wir irgendwie in der Küste. Guck, jetzt kann ich schneller schwimmen, warte. Ich zeig euch das. Ja, komm, mach mal. Guck, ich schwimmen schneller. Ja, ja, ein bisschen, ne, auf jeden Fall. Äh, aber du bist ja noch schneller als ich. Oh, jetzt warte jetzt wieder komplett Junior. Bei Francis kurz mal gucken, oder wollen wir bei, ähm, Rack Race gucken? Francing, Franz. Also nach Francis, können wir mal kurz gucken, ob wir da noch eine, ähm, Fähigkeit finden? Ich hab ausgesehen eine Waffe eingesammelt, Entschuldigung. Ja, ja, kommt mal beide jetzt weit her. Kommt. Yes. Ich seh euch auf der Karte jetzt. Ja, jetzt sieht man's wieder. Vermeiden wir's. Ähm? Vor, ne, vor uns ist ein Bot. Okay. Franzis rein, bitte. Ja, ich komme. Äh, die Runde läuft auf... Hier kommt jemand, Ziplein, Ziplein. Bobby, digital. Ich bin auf den Baum gelandet. Bum! Feuer gebändigt. Bendinger ist gerade Feuer enthält. Also, ich möchte gerne auch mal hier jemanden treffen. Also, das dauert auch ewig, Leute. Diese Erdbändigung ist der... Das dauert ewig, bis man hier... Ja, schön. Hat er was gehabt? Nö. Todeskick. Todeskick! Mein Chat möchte... Mein Chat möchte das nicht hören, okay? Ja, sie streut. Naja, wenn er bis jetzt noch nicht verliert, dann ist alles gut, ne? Ihr sind... Steps bei mir? Äh, ich glaube, ich hab was für dich im Moment. Ich weiß nicht, aber ich glaube... Ich... nicht. Ich versprochen, alles gut. Schuss auf mich. Bändige Erde. Der Bending! Bending! Äh, das nicht? Ach, Bobby! Junior, hast du jetzt was für mich, oder nicht, Junior? Nein, leider nicht. Mein Beileid an dich, Bobby. Ja, danke schön. Können wir noch zwei paar Challenge machen jetzt? Nein. Ich würde gerne noch was anderes an... Fähigkeit haben. Lass uns mal... Äh, nee, doch nicht. Schafft man das Richtung Blau? Richtung Blau nochmal zu rotieren? Dann los. Äh, I don't know. I think so. Let's go. Bounce! A Bounce! Ist aber auch aufs Schüsse? Von wem? Nicht von mir. Die Bellen. Wird noch nicht geschossen? Auch nicht wieder nochmal geschossen. Ah, oben auf Dach, oben auf Dach! Ja, da komme ich nicht damit hin, ne? Komm, Hitcher, zweit mich, komm! Komm! Wenn du das trost. Komm, Hitcher, zweit mich, komm! Komm, ich komm! Zeig, was du drauf hast! Den Berg kommt man nicht hoch, ne? Den kleinen Berg. Ah! 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 Ich guck den Berg hoch. Out of zone. Na ja, guck mal. Ich fahr alleine hin, okay? Zum Bunker, kurz. Nein, enttäuscht, ich komme mit. I am coming auch so mit. Aber, mit auch so. Gibt's doch was? Ja, ich bin nichts. Sniper gibt's hier auf jeden Fall. Ich weiß dir nichts. Hier gibt's eine. Wasser, Wasser, ich hab Wasser. Hast du Glück, Impact? Ja. Wie viel Fähigkeit habt ihr jetzt? Drei Stück hab ich an der Zahl. Ich hab auch zwei. Ich hab drei. Nimm bitte hier mit und dann los, auf geht's. Ich sag mal, was da drin ist. Ja, weiter, kommt. Wir müssen erst mal ne Sauen. Oh mein, was geht? Gar nichts. Alles, was Beine hat. Ich bin nicht so. Ja. Das ist. Alles, was Beine hat, geht. Ich hab ja hier noch ein paar Bandos, Junior, zwei. Ja, wo Gegner, Impact? Zwei Bandos. Lotte Wasser. Das hab ich gerade hingelegt. Hier nochmal die Bandos, Junior, mach sie mal wenigstens voll. Wo? Schießt du auf den Bot, oder wie? Komm, wir gehen runter. Nee. Da hinten waren Gegner. Da hinten waren Gegner. Ey, Bobby. Mal, Leute, was geht nicht? Nur 60 im Busch. Wo ist alle drauf? Alle auch rauf auf den Busch. Unten rechts. Der ist rechts unten. Ist der in der Erde? Äh, Feuer. Hab ihn im Busch. Ach du, Madbosch. Im Busch, im Busch. Im Busch. Hab ihn. Ich hab jeden Schuss getroffen. Okay. Dafür hab ich noch keinen Kill gemacht. Was ist denn? Ich bin jetzt geboren. Ich bin jetzt geboren für Hilfe. Ich bin fast an den Bot geschossen. Aber wir dürfen die Karte nicht nehmen. Nein, kommt mal bitte her. Ich hab noch ein bisschen hier. Junior. Hier ist noch ein Biggie. Hier ist Junior. Nimm mal ein bisschen Biggie hier. Ich hab schon drei. Ich hab auch ein Biggie. Alles gut, alles gut. Bobby? Okay. Bobby? Nee, ja. Junior, hier ist noch ein Biggie. Ich hab schon drei. Ich hab auch ein Biggie. Ein Biggie. Kann man mitspielen? Liken, abonnieren, nicht vergessen. Ich muss ihn nur mal einpinnen. Kurz, Augenblick. Wir machen nämlich gerade eine Challenge. Und Headset ist natürlich Pflicht. So, wir gucken jetzt mal kurz, wo die Zone hingeht. Wie gehen wir ein Stück vor? Warte mal. Wir sind jetzt gerade bei, eine Challenge zu absolvieren. Zu dritt. Nur die neuen mythischen Avatars. Die Items werden nur benutzt in der Runde. Und da versuchen wir auf jeden Fall einen epischen Sieg zu holen. Lass mal losen. Nur leicht vorgehen. Erstmal ein bisschen. Was macht ihr? Wir denken zusammen. Los, Amon. Bitte einsteigen. Ich bin da. Bitte einsteigen. Ich bin da. Bitte einsteigen. Bitte einsteigen. Ich bin da. Hey, hey. Lass mich bitte mal reden. Schuss unter der Insel. Hier vorne. Kurz. Hier kommt schon so ein bisschen hinterher. Mal von der Insel schießen die runter. Von der Insel. Achtung. Juni, hör auf zu spielen. Oben auf dem Turm. Man hört da mal auf zu spielen, Juni. Oben auf dem Turm. Kommen wir dahin? Ich nicht. Ja, er trifft sich recht, aber ich hab... Nee, müsste man sich da angehen. Lassen wir woanders hin rotieren. Äh, hier sind welche mit dem Medaillon in meine Richtung. Ansonsten lassen wir hinten weiter hingehen, Juni. Hier hinten Richtung Blau. Müssen wir da weg, oder? Die schießen da gerade gegen die Medaillons. Achtung. Boah, ich hab ein Bot. Glaub auch. Was liegt hier? Halt. Von dieser Entfernung trifft sich ein Headshot. Die sind aber nach oben. Ja, aber mit uns zu viel Leben. Und mir? Im Hekt. Das ist Erde. Ja, ich komm. Das ist, glaub ich, nur Bot. Heute ist... 48, 72. Lass mir mal den ersten Kiln für heute Abend. Ey, hab ich den wieder nicht bekommen von... Äh, weiter. Leute, Leute, man hier... Die schießen immer noch. Warum macht ihr... Bleibt... Wie geht auch gut weiter? Ja, wir treffen aber nicht. Ich mach's auch und dann nehm ich diese zwei noch mit. Und dann trink ich kurz die beiden, wenn wir nicht hätten können. Man muss auch ein bisschen schlau spielen. Schlau spielen, 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 sch ja ich auch von oben von oben von der insel von der insel treffen die alter das ist nicht mehr normal das ist echt nicht mehr normal ich bin auch lauter hätte könnte ich mir auch erst voll machen da sind noch zwei kronen wenn ihr welche haben wollt ja hier bei uns irgendwo liegen kronen glaube ich hab ich wir haben jetzt drei leute vor uns ne denkt dran alle fähigkeiten leute die sind dahinter wo ich markiert habe ja ich gebe von einer seite jetzt sind die da oben ja ich gebe hier rechts hoch ja die haben so einen vorteil sie können mich gar nicht treffen hier kommt jemand auf mich zu wo sind die anderen weinen ein ist hier zu dritt einfach doch so bobby so bobby alles so wie wie hast du den nein aber ich wusste denn also das kann doch nicht sein dass man hier nicht trifft einer bloß noch einer hier vor mir vor mir hier am stein alle rauf da und ein weg und ein sie auch gehen wir holen wir uns dabei ein kill habe ich in der runde wo ist der redet mal hinterher hier 24 96 der fertigen zeit durch die gegend bobby fährt hinterher und wir schießen drauf junior geschießen drauf musch und epischen sieg auch noch holt nur mit fähigkeiten nur mit die avatar fähigkeiten haben jetzt ein epischen sieg geholt wunderbar zur lobby zurück